Mein Wunsch an Bayern ist eine Landwirtschaft in Bayern, die ökologisch und nachhaltig wirtschaftet, sodass wir unseren Kindern und Enkelkindern da eine Natur hinterlassen, auf der sie wirtschaften können, die regionale Bezüge in den Vordergrund stellt und einen Agrarmarkt, der so ist, dass andere, vor allem die Länder des globalen Südens, keine Nachteile haben durch unsere Wirtschaften. Das ist mein Wunsch an Bayern und ich nominiere meine Kollegin Julia Mokri und meinen KLJB Heimatkreisverband, den Kreisverband Mühldorf.